Hallo und herzlich willkommen im Wald. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, wenn nicht, sage ich es euch nochmal. Ich war letztes Wochenende auf einem Hüttenwochenende in den Ammergauer Alpen. Ammer? Ammergebirge? Ammergebirge, so heißt es. Das ist im Prinzip so Randalpen, ein bisschen in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Also geht da schon recht gut hoch. Und da waren wir auf Hüttenwochenende, also die Erstsemester, die Tutoren der Erstsemester und ich von der Studienfakultät Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement der Technischen Universität München. Und ich hatte das große Vergnügen, mit den Erstsemestern ein bisschen im Wald rumrennen zu dürfen und denen ein bisschen was zum Wald zu erzählen, weil ich da halt eben als ehrenamtlicher externe Fachkraft mitwirken durfte und habe in diesem Zusammenhang auch ein lustiges Quiz erstellt für die Erstsemester, für das Hüttenwochenende, bei dem so ein paar allgemeine Fragen zum Wald beantwortet werden sollten. Und habe mir gedacht, vielleicht habt ihr auch Spaß dran, bei diesem Quiz mitzuspielen. Was ich hier übrigens die ganze Zeit sortiere, sind die Blätter, die da dazugehören. Es ist so, das Quiz enthält ein paar Bilder von bestimmten Tier- und Pflanzenarten, die ich euch nicht zeigen kann, weil ich nicht möchte, dass die Bilder im Internet landen, weil ich nämlich nicht die Rechte dafür habe, was noch okay ist, wenn man es intern in der Studienfakultät verwendet. Dann ist das alles nicht so dramatisch und es nicht weiter nach außen dringt. Aber im Internet hat nichts zu suchen, daher gibt es diese Bilderfragen jetzt nicht. Stattdessen halte ich euch dann ein paar Dinge, die ich hier im Wald so finde, in die Kamera und ihr dürft mir dann sagen, was das ist. Alle anderen Fragen gibt es mehr oder weniger genauso, wie ich es auf dem Hüttenwochenende gestellt habe. Hilfsmittel, muss man dazu sagen, waren für die Erstsemester die Hilfsmittel, dass sie so lange bei irgendjemand rumgesessen sind, der sich mit dem Wald gut auskennt, sprich irgendwelche Tutoren oder mich, bis dieserjenige dann irgendwann mal einen Tipp hat fallen lassen oder denjenigen so lange irgendwie zu löchern, bis er auch mal einen Tipp hat fallen lassen. Dieses Hilfsmittel steht euch jetzt nicht zur Verfügung. Dafür hatten sie auf der Hütte kein Internet, außer sie hatten ein Smartphone, das zufällig Empfang hatte. Aber das hatte, glaube ich, kaum jemand. Ein oder zwei vielleicht. Und die hatten natürlich auch keine Bücher, wo sie irgendwas hätten nachlesen können und so weiter. Theoretisch könntet ihr das jetzt alles tun, aber ich würde euch bitten, wenn ihr hier ehrlich mitspielen wollt, das zu unterlassen und einfach nur das an Wissen aufzuschreiben, was ihr selber besitzt. Nächstes Thema, aufschreiben. Es gibt zwei Möglichkeiten, jetzt eben hier mitzumachen. Entweder ihr schnappt euch einen Zettel und füllt für euch die jeweilige Frage aus und schreibt eure jeweilige Antwort hin, was ihr der Meinung seid, was richtig ist. Und ich mache im Anschluss dessen, dass ich euch die Fragen gestellt habe, mache ich auch noch ein Lösungsvideo, wo ich euch dann verrate, was richtig ist und erzähle auch noch ein bisschen Hintergründe dazu. Also nicht nur die richtige Antwort, sondern auch, warum ist die richtig und wie funktioniert das physiologisch gesehen und so weiter und so fort. So, genau. Und die zweite Möglichkeit, wie ihr mitmachen wollt, wenn ihr da dran Spaß habt, dann geht doch einfach mal runter in die Kommentarzeile. Lest nicht die Kommentare der anderen. Ganz wichtig, nicht die Kommentare der anderen lesen, sonst wäre sie unter Umständen mit den richtigen Antworten schon gespoilert und dann habt ihr natürlich auch keinen Spaß mehr am Quiz. Wenn ihr ohnehin schon wisst, was richtig ist, bin ich eigentlich unscharf? Jetzt nicht mehr. Also sprich, wirklich nicht die Kommentare lesen, sondern direkt auf neuen Kommentar draufklicken, damit dieses Fensterchen aufgeht, wo ihr selber tippen könnt. Und dann könnt ihr quasi mein Video nur als Ton anhören und wenn ihr wollt, dann einfach parallel gleich jeweils eure entsprechende Antwort tippen. Ich versuche das Ganze einigermaßen langsam zu machen, dass man hinten dran kommt, einigermaßen nachkommt. Sonst halt zwischendrin Pause machen, weil zu langsam will ich auch nicht machen. Dann sind die Schnelleren genervt, weil sie warten müssen, bis es endlich weitergeht. Ja, also soviel zur Vorgehensweise, wenn ihr eben Bock habt mitzumachen. Wenn nicht, könnt ihr das Video auch einfach so angucken und für euch ein bisschen mitraten und dann so grob kriegt ihr dann ungefähr den Eindruck, ob ihr es gewusst hättet oder nicht. Das dürft ihr natürlich auch gerne tun. Die drei Möglichkeiten des Mitspielens gibt es und ja, dann wünsche ich euch hoffentlich einigermaßen Spaß und ich lese euch auch die Fragen vor, die für euch gar nicht in Frage kommen, nur einfach damit ihr wisst, was theoretisch drin gewesen wäre. Und es gibt am Schluss dann noch ein paar Bonusfragen, die dann so im eigentlichen Hüttenquiz nicht dran gekommen sind. Ja, dann fangen wir an. Nochmal kurz zur Erläuterung. Für jede Antwort gibt es je nach Frage unterschiedlich viele Punkte. Ich sage das dann jeweils noch einmal kurz schnell dazu. Im Originalquiz können maximal 50 Punkte erreicht werden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Punkte es jetzt in diesem Quiz geben wird und schreibe euch jetzt hier eine Texteinblendung, in der das genau steht, damit ihr euch dann später so einigermaßen einordnen könnt. Wir legen los. Frage Nummer 1 für einen Punkt. Worin wohnt das Eichhörnchen? Also jetzt bitte nicht Wald schreiben, sondern schon ein bisschen konkreter das Teil, wo das Eichhörnchen drin wohnt. Den Fachbegriff hätte ich gerne. Frage Nummer 2 ebenfalls für einen Punkt. Wie heißt das Kind vom Hirsch? Also ein junger Hirsch, der hat einen speziellen Namen. Wie heißt der? Ja, muss nicht ein Hirsch, also darf auch ein Weibchen sein, ist egal. Muss nicht ein Männchen sein. Frage Nummer 3. Nennen Sie einen Stoff, der im Baum von oben nach unten fließt. Also der wird oben gebildet und fließt dann runter. Da gibt es verschiedene Stoffe, die in Frage kämen, aber einer reicht mir völlig. Am besten der mengenmäßig häufigste, der ist auch am einfachsten rauszufinden. Dann Frage Nummer 4. Nennen Sie drei harzende Bäume. Drei Bäume mit Harzbildung. Eine Punkt pro Baum. Frage Nummer 3 übrigens. Das Ding mit dem Stoff, der von oben nach unten fließt im Baum. Dafür gibt es auch zwei Punkte. Habe ich vergessen zu sagen. Entschuldigung. Dann Frage Nummer 5. Nennen Sie drei Merkmale zur Unterscheidung von Tanne und Fichte. Da müsst ihr ein kleines bisschen mehr schreiben. Also das ist jeweils so ein kleiner Satz, der da hin müsste. Zum Beispiel Tanne wird höher als Fichte. Das stimmt nicht. Das war jetzt nur so ein Beispiel, damit ihr wisst, was ich so ungefähr hören möchte. Ja, wie gesagt. Po Ding. Ein Punkt. Maximal drei Punkte in dieser Frage. Könnt ihr euch dann entsprechend aufschreiben. Dann Frage Nummer 6. Wer prägte den Begriff Nachhaltigkeit oder auch die Nachhaltigkeit oder, wenn man ganz korrekt sein möchte, nachhaltende Nutzung? Das war ein bestimmter Mann. Und dann möchte ich noch gerne hören, in welchem Jahrhundert er das geprägt hat. Und dazu gibt es jetzt vier Antwortmöglichkeiten. Und bei einer richtigen Antwort für den Mann gibt es einen Punkt und dann nochmal einen Extrapunkt, wenn ihr auch das Jahrhundert richtig erratet. Aber das müsst ihr so wissen. Besagtes Jahrhundert. Dafür gibt es keine Vorgabe. Gut. War das A. Peter Stromer B. Heinrich Kotter C. Georg Ludwig Hartig D. Hans Karl von Karlowitz E. Ich Also Benjamin Tüxen Ja, das Quiz sollte auch ein bisschen lustig sein. Kleiner Tipp. Ich war es nicht. So, dann. Frage Nummer 7. Was versteht Mann oder Frau unter einer Wüstung? Einfacher formuliert. Was ist eine Wüstung? Gibt einen Punkt. Antwortmöglichkeiten. A. Ort, wo wüste Kerle wohnen. B. Platz, der sich langsam zur Wüste entwickelt. C. Aufgelassene Waldsiedlung. D. Besonders verwüsteter Ort im Wald. Irgendein Idiot hat hingeschrieben, Bens Kopf. Nicht lustig. Gar nicht lustig. Also das ist schon mal falsch, ja. Nur, dass ihr es wisst. Frage Nummer 8. Vervollständigen Sie folgendes Zitat von Professor Moog. Jetzt muss man dazu sagen, Professor Moog ist unser Forst-BWL-Professor. Er polarisiert. Ich finde ihn persönlich sehr cool. Falls Sie das jemals sehen sollten, Herr Moog. Vielen Dank für Ihre tollen Vorlesungen. Mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht. Und Herr Moog dichtet gerne. Und Herr Moog hat deshalb ein paar phänomenal witzige Sprüche. Und einer davon ist Teil dieser Frage. Ihr könnt es euch vielleicht trotzdem denken, auch wenn ihr Herrn Moog nicht persönlich kennt. Vervollständigen Sie folgendes Zitat von Professor Moog. Mehr noch als Omas Kuchen. Liebt der Förster. A. Dicke Buchen. B. Lichte Fichten. C. Muss ich große Hupen jetzt zensieren, wenn ich das im Internet sage? Weiß ich nicht. D. Derbes Fluchen. Sucht euch was aus. Das sollte nicht allzu schwer sein. Denkt dran, der Mann ist Professor. Was könnte der wohl sagen? So. Jetzt muss ich die andere Seite suchen. Genau. Frage Nummer 9. Und entschuldigt, jetzt muss ich kurz mal den Stift rausziehen und mir eine Notiz machen. Sonst komme ich nämlich mit der Nummerierung der Fragen durcheinander, weil ich ja zwischendurch ein paar weglassen muss. Was sollte ein Forststudent unbedingt immer dabei haben? Es sind bei dieser Frage mehrere Ankreuzfeldchen da. Also ihr dürft auch mehrere Dinge jetzt nennen. So viel ihr wollt. Ihr kriegt pro falsches nur einen halben Punkt Abzug und pro richtiges einen halben Punkt. Also überlegt euch gut, was ihr ankreuzt und was nicht. Zur Auswahl stehen Hut, Gewehr, Schaufel, Messer, Salzsäure, Leberkässemmel und und die Lupe. Ja, also überlegt euch mal, mit was ein vernünftiger Forststudent denn so alles im Wald rumrennen könnte. Gut. Und das Ganze ist immer mit so einem Hauch Ironie zu verstehen, denn die Fragen sind von mir. Frage Nummer 10. Was ist das bedeutendste Merkmal eines kompetenten Forstwissenschaftlers? Dafür gibt es auch einen Punkt. Die Frage ist das bedeutendste Merkmal. Also es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten. Ich will aber nur eine hören. A. Dackel B. Große Fachkenntnis C. Cooler Hut oder D. Hosentaschen-Kettensäge Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Dann Frage Nummer 11. Wer oder was ist eine Vollmast? Ist ein, eine Vollmast? Genau. Naja, ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Die Frage würde dann grammatikalisch richtig formuliert heißen. Was ist eine Vollmast? A. Historischer Begriff für lange Nadelbäume, die über den Rhein nach Holland geflößt werden, um zu Masten für Segelschiffe zu werden. B. Baum, der ohne zersägt zu werden, auf voller Länge geerntet wird. C. Alle Bäume eines Bestandes fruktifizieren sehr stark. D. Bis zur Krone unverzweigter Laubbaum Also, diese Möglichkeiten gäbe. Da würde es reichen, wenn ihr A, B, C oder D aufschreibt. Dann müsst ihr auch nicht so viel schreiben. Das war Frage Nummer 11. Dafür gibt es übrigens einen Punkt. Genau. Jetzt kommen wir vor Frage Nummer 12. Die gibt auch einen Punkt, denn sie hat auch wieder Ankreuzmöglichkeiten. Die da lautet, Was ist ein Überhälter? Ist das A. Jägersprache für ältere, erfahrene Jagdgenossen? Ist das B. Einzelner älterer Baum in jungen Bestand? Ist das C. Mast für Drahtseil bei der Holzernte im Gebirge? Ist das D. Baum, der durch besonders breite Krone als Schutz für landwirtschaftliche Nutzpflanzen fungiert? Jawohl. Diese Möglichkeiten gibt es. Sucht euch da was aus und kreuzt es an. Vielleicht habt ihr ja auch Dusel. Dann Frage Nummer 13. Wer immer noch mitspielen mag. Jetzt fliegt mir hier die Frage weg. Nennen sie drei einheimische, möglichst tödliche Giftpflanzen? Das ist, glaube ich, eine Frage. Da seid ihr als Bushcrafter vielleicht sogar besser dran als meine Forsterstsemester, weil die haben von sowas gar nicht so viel Ahnung. Der Bushcrafter hingegen denke ich schon eher. Das müsstet ihr hinkriegen. Ein Punkt pro Pflanze. Noch ein Tipp. Ein Pilz ist keine Pflanze. Da habe ich den erstens reinweise Punkte abgezogen, wenn die da hinschreiben. Keine Ahnung. Knollen, Blätterpilz oder so. Und sowas schon hier der Forst. Liebe Erstsemester, solltet ihr hier zugucken. Ich habe euch trotzdem lieb. So. Dann. Wo sind wir denn jetzt? Frage Nummer 14. Da müsst ihr jetzt leider ein bisschen schreiben, wenn ihr da wirklich mitmachen wollt. Erzählen sie einen Witz mit forstlichem Hintergrund. Den Klassiker, der nicht zählt, den nenne ich euch mal, damit ihr wisst, was ich hören will. Treffen sich zwei Jäger. Beide tot. Ich bin mal gespannt, ob da noch was anderes kommt. Irgendein Zuschauer hat mir da mal so einen großartigen Waldwitz erzählt. Erzählt mit einem Blatt, das Photosynthese macht. Einer Raupe, die dann das Blatt frisst. Ein Vogel, der die Raupe frisst. Eine Katze, die versucht, den Vogel zu fressen und dann ins Wasser fällt. Und der Rest ist leider nicht jugendfrei. Aber großartiger Witz. Wenn derjenige, der den geschrieben hat, sich jetzt angesprochen fühlt. Und nochmal herzlichen Dank, ich habe dem auf dem Hüttenwochenende oft erzählen müssen. Den Witz, der war da sehr beliebt. Es gab viel Alkohol, muss man dazu sagen. Alle anderen, die nicht kapieren, wovon ich jetzt eine Ahnung, wovon ich spreche, dann tut es mir herzlich leid. Ihr werdet dumm sterben müssen. Ja, ja. So, Frage Nummer 15. Wählen Sie Ihre Lieblingsbaumart und begründen Sie Ihre Wahl mit ökologischen und oder forstökonomischen Eigenschaften Ihrer Baumart. Bis zu vier Punkte. Jetzt ist es natürlich so, dass ihr jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viele unglaublich forstökonomische und forstökologische Eigenschaften aufzählen müsst. Sagt mir einfach, was Eure Lieblingsbaumart ist und nennt mir ein paar vernünftige Gründe, wozu man diese Baumart verwenden könnte unter Umständen. Das sollte für Euch als Pushcrafter auch nicht weiter schwierig sein. Insbesondere, da es ja so einen YouTube-Kanal gibt, wo so ein Typ dauernd irgendwelche Bäume vorstellt. Ne? Gut. Und dann Frage Nummer 16. Ich nenne sie Euch mal. Ihr werdet sie wohl kaum richtig beantworten. Ihr dürft es aber gerne trotzdem versuchen. Nennen Sie die Anzahl der Toiletten im Forstgebäude. Räume, nicht schüsseln. Das ist von daher ein kleiner Gag für die Erstsemester, weil wir einfach wissen wollten, also wir meint die Tutoren plus ich, wie gut die sich schon in ihrem eigenen Gebäude auskennen. Denn man muss dazu sagen, das Forstgebäude hat unendlich viele Toiletten, wenn man bedenkt, wie wenig Leute da drin sind. Also es sind schon viele Leute, aber die Zahl der Toiletten ist echt abnormal. Ich glaube, es sind 42 oder so was. Behindertenklos mitgerechnet. Das hat verschiedene Gründe. Zuerst gab es zu wenig Toiletten, dann hat man noch nachträglich welche einbauen lassen und damit hat man es dann übertrieben. Auf gut Deutsch, es kann so ungefähr ein Drittel der gesamten Belegschaft des Gebäudes kontinuierlich zeitgleich auf dem Klo sitzen. Ist doch mal was, oder? Dann Frage Nummer 17. Wie hoch kann ein Baum weltweit maximal ungefähr werden? Dafür gibt es einen Punkt, wenn ihr das wisst. Und nochmal zwei Extra-Punkte gibt es, wenn ihr auch noch wisst, warum. Für die eine Sache, die Maximalhöhe, gibt es ein paar Antwortmöglichkeiten. Und ehrlich gesagt würde ich zwei davon gelten lassen. Also nicht zwei ankreuzen, sondern zwei von den Vieren sind richtig. Die da lauten A 85 Meter, B 100 Meter, C 115 Meter oder D 130 Meter. Und wie gesagt, sollte jemand von euch tatsächlich wissen, warum das die Maximalhöhe ist, dann bin ich enorm beeindruckt, muss ich sagen. Das ist nämlich wirklich schwierig. So, dann Frage Nummer 18. Welche Baumart ist jeweils, und dafür gibt es jeweils einen Punkt, die höchste der Welt, die dickste der Welt und die massereichste der Welt. Massereichste meint das größte Volumen. Also, ne, am meisten Holz. Welcher Baum hat das insgesamt größte, man könnte auch Gewicht sagen, wenn man so möchte. Also es geht um wirklich Stammdicke, Stammhöhe und eben das größte Volumen, Holzmenge. So kann man es auch sagen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir noch zusätzlich hinschreiben, die älteste Baumart der Welt. Moment, ich notiere. Ist mir nämlich gerade spontan eingefallen. Also, welcher Baum ist der älteste der Welt? Die Baumart. Jeweils will ich natürlich die Baumart hören, jetzt nicht, wie der Baum heißt. Diese, ähm, Rekordhalterbäume haben immer auch einen Eigennamen. Also, die heißen dann Hans. Nicht wirklich, aber nur, damit ihr wisst, was ich meine. Das Ganze nicht googeln, wenn man es googelt, ist es einfach. Vielleicht wüsste ich es ja auch so. Oder ihr könnt es hinterher googeln, wenn ihr es dann wissen wollt. Oder ihr guckt halt eben meine Auflösung. Je nachdem. So, Dala, das war Frage Nummer 18. Frage Nummer 19 ist dann die, ähm, ja, Evaluierungsfrage. Die packen wir jetzt hier auch nochmal rein. Spaß ist halber. Die da lautet, Bonusfrage. Wie fanden Sie dieses Quiz? A, großartig. Der Fragenschreiber ist ein Genie. Außerdem hat er einen coolen Hut. Dafür gibt es dann drei Punkte. B, ich finde es spitze, will dem Typ mit dem Hut aber keinen Honig um den Bart schmieren und bekomme deswegen nur zwei Punkte. Das ist so die moralisch korrekte Antwort übrigens. C, fand das Quiz ganz okay, aber wer ist der Typ mit dem Hut? Das gibt dann nur noch einen Punkt. Dann gibt es noch die Möglichkeit D, Quiz ging so, aber ich mag keine Typen mit Hut. Das gibt dann keinen Punkt. E ist, Quiz war eher doof. Da ging es um Bäume. Das gibt minus einen Punkt. Und dann hat man für vier Punkte theoretisch noch die Möglichkeit, ich bin anderer Meinung und zwar und formuliert seine Meinung aus. Wer das in den Kommentaren gerne tun möchte, darf das gerne tun. Da habe ich dann auch nichts dagegen. Und für jeden einigermaßen fundierten Kommentar gibt es dann auch vier Punkte. Das ist mal lustig. Ich darf mal Kommentare meiner Zuschauer bewerten mit Punkten. Wer mir einen Daumen runter gibt, kriegt gleich mal fünf Punkte Abzug. Genau. So, das waren jetzt die regulären Fragen. Ich habe halt jetzt die Fragen auslassen müssen, die ein Bild beinhalten, wo dann steht, welches Tier, welche Pflanze ist das? Oder was ist das? Dafür bekommt ihr jetzt noch, sagen wir mal, wie viele waren das? Es waren vier. Dann kriegt ihr jetzt noch vier Bonusfragen. Die könnt ihr dann mit Frage 20, 21, 22 und 23, wenn ich jetzt richtig in der Zählung bin, nummerieren. Und da jeweils eure Antwort hinschreiben. Und dafür muss ich jetzt sogar aufstehen. Oh Gott. Kein Aufwand ist mir für euch zu hoch. Ich stehe sogar auf. Und ich suche mal Zeug, was man fragen könnte. Ja, hier haben wir Frage Nummer 20. Was ist das? Also nicht ich, sondern diese Pflanze hier vor mir. Ne? Ist immer grün. Auch im Winter. Deutscher oder lateinischer Name. Bin gespannt. Gibt ein Punkt, äh, zwei Punkte. Zwei Punkte. All diese was ist das Fragen geben immer zwei Punkte. Ja, dann Frage Nummer 21. Was ist das? Also wieder nicht mein Gesicht, sondern das hier. Ne? Könnt ihr sehen? Wenn ihr mir sagen könnt, welcher Baum das hier ist, an dem die Blätter soeben gerade noch hängen. Normalerweise ist er grün. Das noch als kleinen Tipp. Bin gespannt. Bin gespannt. Mehr als das, was ihr jetzt hier im Video seht, kriegt ihr nicht zu sehen. Habt ihr Pech gehabt. Tja, und dann Frage Nummer 22. Was ist das? Hm? Hm? Na? Wer kennt's? Kommen wir zu Frage Nummer 23. Ja, und Frage Nummer 23 ist jetzt ganz schön schwer. Nämlich, was ist das für ein Baum? Dieser da. Und das halt eben im unbelaubten Zustand. Fies, gell? Und dann auch noch gegen das Licht gefilmt, sodass man auch ja keine Details erkennen kann. Dafür ist die Baumart relativ gebräuchlich. Ein kleiner Tipp. Es gibt zu dieser Baumart noch kein Baumwissen für Bushcrafter-Video. Hm, hm? Ja, also das wäre das Quiz gewesen. Damit sind wir bei 23 Fragen insgesamt. Und vielleicht hat es euch ja ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr bekommt ja sowieso Punkte, wenn ihr mir eure Meinung sagt, ne? Ähm, ja. Wie das Ganze funktioniert, hatte ich euch ja schon gesagt. Demzufolge könnt ihr es euch jetzt selber auf den Zettel schreiben, wenn ihr Lust habt. Und andernfalls müssen wir dann entsprechend die Kommentare durchschauen. Ich bin gespannt, was das alles gibt, wenn ihr Bock habt.